Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Link's Awakening. Ja, im letzten Part sind wir hier in der Adlerfestung gelandet. Und ich muss mir jetzt erstmal wieder einen Überblick verschaffen, wo ich eigentlich gerade lang muss. Aber ich glaube, ich habe den Weg gefunden, den ich machen muss. Oh, geh weg. Keine Fee? What? Okay, egal. So. Wir schnappen uns mal den hier und laufen hier entlang. So. Jo. Puh. Stimmt, wir haben noch die Kraft. Genau, da waren wir noch gar nicht. Ich habe das Kommentar von Falk zur Kenntnis genommen und mir die Dinge gemerkt. Aber... Jo. Mist. Okay, ich muss sie zur gleichen Zeit wohl stoppen. Mist. Okay, wieder nicht. Herz. Nein. Das ist doof. No, schon wieder nicht. So. Zack. Okay, Herz. Shit. Ja, nee, hätte ich. Herz. Oh, verdammt. Ganz knapp. Oh, Mann. Und? Herz. Oh, zu spät. Auch wieder nicht. So. Peak. Ja. Jetzt haben wir es geschafft. So, wir kommen da jetzt rüber. So eher nichts, schätze ich mal. Oh. What the fuck? Oh je. Oh je. Oh. Oh je, das wollte ich gar nicht. Ich war total überfordert mit den Flammen und dem Typ gleichzeitig, ne? Aber richtig. Aber gut, hier gibt's Bomben. Aber mit dem Bumerang scheinen wir schon richtig zu sein. Und finde ich so oft, dass der Bumerang mich da herholt, äh, ihn da herholt und dann ich Schaden bekomme. So. Oh Mann. Bumerang, komm mal her. Ich muss die Dinger hier töten und mir hier Leben geben. So. Pass, damit kommen wir wieder hoch. Denn da muss ich, glaube ich, gerade eher hin. Jetzt kann ich gleich mal die Kugel mitnehmen, wenn ich schon hier bin. So, da rüber. Das hier mitziehen. Ah Mist, das schaffe ich nicht mehr. Ah doch. Haha, okay. Ach, geh weg. Hoppala. Ich hab sogar die Säule getroffen. Cool. Okay. Okay. Geh weg. Oder auch nicht. Hm, wo soll ich jetzt hin? What? Okay. Du bist Superkugel. Weißt du das? Eine Superkugel. So, was steht denn da eigentlich? Das haben wir noch gar nicht gelesen. Wenn die vier Säulen gefallen sind, ist das Rätsel gelöst. Okay, gut. So, wir gehen mal mit ihr da runter kurz. Oh. Ah, okay. So geht das also. Gut zu wissen. Und jetzt holen wir uns die Kugel wieder. So. So, Bumerang. Du musst mehr herkommen. Wir haben ja noch keinen kleinen Schlüssel mehr. Daher nehmen wir jetzt einfach mal die Kugel mit. What the fuck? Wo geht's eigentlich hier hin? Ah, da will ich noch nicht hin. Die Kugel kann ja erstmal hier bleiben. So. Wir nehmen uns mal die Rubine hier noch mit. Und die Kugel legen wir mal hier hin. Oder auch nicht. Oder nehmen wir doch mit. So, wir brauchen den Bumerang. Okay. Und? Und? Shit. Shit. So, was... Okay, Herz. Oho, ihr seid doof. Wisst ihr das? So, das hier. Nein, geh weg! Ich muss ja den aufhalten, sonst hätte mir wieder wehgetan hier. Ach, Mann! Geh doch auch weg hier! Oh Mann, komm jetzt da hervor, du Feigling! Okay, du zuerst. Gut. Äh... Hi, die... Boah! Boah! So. Shit. Okay, Herz. Na, zu spät. Zu spät. So. Okay, Herz. Ist ja doof. Doof, ihr Mistviecher. Und? Zu spät. Zu spät. So, geh weg. Herz. Er kommt da hervor. Blödes Mistviech. So, kommt einer jetzt runter hier. Natürlich nicht bei Herz. War ja klar. So, Herz. Gut. So, und du kommst jetzt auch her mit Herz. Oder auch nicht. Und? Und? Shit. Der ist zu nah. Sehr schön. Und du jetzt auch noch. Und zwar... Oh Mann, zu spät. Okay, das war... War es nochmal? Oh, geh da hervor, Mann. Das hätte ich so gepasst vom Timing. Und? Oh, schon wieder. Immer ist irgendwas im Weg. Immer. Oh Mann, bleib doch mal so stehen, damit ich zielen kann. Und abwarten kann. Aber nein. Oh. Oh Mann, und schon wieder nicht getroffen. Seid Mistviecher. Wisst ihr das? Seid richtige Mistviecher. So. Eine Sekunde zu spät. Super. So, Herz. Und bleib stehen. Ich hab gesagt, du sollst stehen bleiben. Sehr schön. Und? Ja, komm. Super. Kommst jetzt mal runter, du bist Mistviech. Super. Schon wieder nicht geschafft. Herz. Und? Zu spät. Viel zu spät. Und wieder Herz. Okay. Oh, geh weg. Blödes Mistviech. Ernsthaft. Bla. 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 Ja, jetzt hätte es geklappt bei dem einen. Okay, Herz. Wenn er mal stehen bleiben würde, wäre es ja kein Problem. Oh Mann, so knapp. Okay, Raute. Karo war es. Oh, verdammt. Das kostet mir noch all meine Herzen hier. Hey, Herz. Bleib jetzt mal stehen, damit ich zielen kann. Oder auch nicht. Doofes Ding. So, jetzt isst du. Dann schnappen wir uns dich mal, wenn du mal stehen bleiben würdest. Perfekt. Und? Komm da hervor. Komm da jetzt hervor. Das Timing wäre schon so oft so perfekt gewesen. Aber nein, du musst dich hinter dieser Kugel verstecken. Ja, wenn... Ja, willst du mich jetzt eigentlich verarschen? Hier. Ja. Super. Timing verkackt. So. So. Diese Dinger nerven mich. Vor allem... Ich hab's doch vorhin hinbekommen. Und jetzt? So. Bleib doch mal an einer Stelle da. Ernsthaft. Und zwar an einer Stelle, an der ich auch hinkomme. So. Das Ding hier. Ich kann... Weißt du, das Problem ist? Ich kann hier einfach mich gar nicht drauf konzentrieren, dass sie jetzt mal hier stehen bleiben und ich das richtige Zeichen treffe. Da ich die ganze Zeit auch aufpassen muss, dann ist das, dass sie mich nicht verletzen hier, weil ich sonst verrecke. Das ist... Scheiße! Ja, da hätte es jetzt geklappt. Willst du mich jetzt eigentlich verarschen? So. Und. Perfekt. Und du... So. Eine Sekunde! Eine verdammte Sekunde! Da. Äh, äh. So. Geh doch weg. Du auch. So, komm her. So. Und da ein Herz. Und da nicht. Und da natürlich auch nicht. Ich kann sie auch einfach schlagen. Super. Okay. Und. Geh weg. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Kommt ihr jetzt zu zweit da an? Super, 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 super. Oh, geht weg, geht weg, geht weg. Oh Mann! Egal, wo ich hinlaufe, die kommen immer da hin. So, erster. Geh weg. Und. So, da wieder nichts. So, der erste ist ein Herz. Okay. Und der zweite soll ebenfalls ein Herz sein. Komm. Herz. Und zwar. Und zwar jetzt. Nein, verdammt. Eine Sekunde. Boah, ne. Ich hab gerade keine Lust. Ich brauch Leben. Ich brauch echt Leben wieder. Wo sind jetzt diese blöde Mistviecher, die immer Leben geben? Ja. Sehr schön. Boah, ey. Ich krieg gleich die Krise damit. Ich will doch einfach nur dieses doofe Rätsel hier lösen. So, komm her. Verdammt, eine Sekunde zu früh. Oh, der hat jetzt geklappt. Ja, super. Was lauft ihr auch beide in mein Schwert? So, was nimmt man gerade in Notwehr, was ich da gemacht hab? Oh, schön wieder. Beinahe ist geschlagen. Bla, bla, bla. So, Herz. Okay. Shit. Karo. Und? Sehr schön. Und? Nein. Du bleibst jetzt da stehen. Und? Karo? Nein. Ein paar Sekunden zu früh. Äh, zu spät. Und? Geht doch weg. Ja, super. Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen hier? So ein Glück hab ich sonst nie. Mit dem gleichzeitig Treffen. Ja, da hab ich's jetzt geschafft, oder wie? Okay. Herz. Wenn ich's mal gescheit mich drauf konzentrieren könnte, nicht die ganze Zeit denen auszuweichen. Dann wär das alles kein Problem hier. Und? Ja, da hat's jetzt geklappt. Okay. Und? Und? Perfekt. Und, 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 und? Und? Ja, sehr schön. Geht doch, ey. Geht doch. So, du bleibst jetzt hier. Und du kommst her. Geht doch weg. Ah! Ach, nö. Ey, gleichzeitig den Flammen auszuweichen und diesem Mistviech, das überfordert mich. Ganz ehrlich. Das überfordert mich gerade. Wie soll man das denn schaffen? So, du hast 20 Rubine gefunden. Sehr schön. Ich bin jetzt trotzdem wieder zu diesem Viech da oben. Oh, ist doch schlimm. Oh, Mann. Es ist eigentlich im Grunde echt nicht schwer, aber irgendwie... Oh, schon wieder. Ich vergesse dauernd, dass da diese Mistviecher sind. Geh weg. Na ja, jetzt kann ich mir erst mal wieder Leben holen. Wenn er nicht gerade irgendwie, äh... Eine Flamme nach meinem Leben. Och, ja. Ich glaube, ich muss nochmal hoch und dann nochmal... Ich hasse diese Flammen. Ganz ehrlich, ich hasse die. Ich hasse diese Flammen. Ich hasse es gleichzeitig, auf die Gegend achten zu müssen. Und, äh, darauf hier... Dass mich eine Flamme nicht trifft, weil sie mir sonst Leben abzieht. Das hasse ich einfach. So, die Kugel müsste ja noch am gleichen Platz sein, glaube ich. Oder? Wenn nicht, dann hole ich sie gleich. Oh, ne, jetzt habe ich das... Die Viecher schon wieder machen... Boah, geh sterben, ernsthaft. Oh, ne. Jetzt werde ich wieder Jahre brauchen. Oh, Mann. Oh, je. Kann ich gerade schon wieder vergessen. Kann ich mit dieser geringen... Ja, sterb. Geh sterben. Ich will meine Leben wieder. Ernsthaft? Oh, ne. Also, irgendwie... So, mit Konzentration weiter hier. Ah, schlimm. Oh, Mann. Warum gibt es jetzt eigentlich keine Fee? Oder habe ich die gerade schon eingesammelt? Scheint nämlich nicht so zu sein. So, und jetzt hier. Und jetzt gibt du wenigstens eine Fee. Ja, sehr schön. Zumindest, da gibt es eine Fee. Das ist gut. Geh weg. Und du auch. Oh, super. Und, Karo. Oder auch nicht. Okay, Herz. Okay, wir machen das jetzt langsam. Und zwar jetzt. Und hier. Machen wir das auch jetzt ganz langsam. Und... Sehe ich ihn nicht. Super. Komm da wieder raus, bitte. Hallo. Komm mal wieder aus dem Eck raus. Das wäre nicht schlecht. Hallo, ich bin hier. Schau mal. Ich will dich vorher besiegen. Hallo. Wenn ich jetzt schon volle Leben habe, dann will ich dich auch mal besiegen. Und das geht nur, wenn du aus diesem scheiß Eck rauskommst. Und... War klar, dass es nicht passt. War auch wieder klar, dass es da wieder nicht passt. Und... Oh, zu früh. Ja, wenigstens ist er jetzt aus dem Eck raus. Fange ich mit dir gleich mal an. Und... Dann kommt der mir natürlich wieder zu nahe. Und... Und zwar darf ich ihn... Zu früh. Zu früh! So, und... Perfekt. Und du jetzt noch? Nein, bleib stehen. Bleib stehen, habe ich gesagt. Bleib stehen, habe ich... Ich habe gesagt, du sollst stehen bleiben, du Mistviech. War klar, dass es nicht passt. Ich fand ja auch nichts mehr sehen. Weil diese dummen Mistviecher da wieder reinlaufen müssen in das Eck. Und in mich natürlich. Geh einfach weg. Geh einfach nur weg, ihr scheiß Dinger! Und... Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Geh. Warum? Oh. Und... Geh weg. Eins, zwei... Ich kann mich echt... Ich kann mich einfach nicht drauf konzentrieren, weil ich die ganze Zeit gucken muss, dass dieses Mistviech mich einfach nicht trifft. Es regt mich gerade auf. Ja, geh da weg aus dem Eck. Ja, jetzt musst du dich auch noch da rein verkrümeln, oder was? Ja, weißt du was? Leck mich am Arsch! Und jetzt von mir aus, mach mich kaputt! Ist mir scheißegal! Echt, ey. Ernsthaft. Ich kann hier echt... Einfach... Geh weg! Immer diese Schleimfiege, die nerven mich auch. Immer... Und jedem Dungeon aber. Bob! Ja, ein Schlüsselloch! Ich hab's gecheckt! Wisst ihr was? Ich mach hier einen Cut. Ich hab keinen Bock gerade. Immer diese Karo und... Das nervt mich so dermaßen. Vor allem, wenn die sich in diesem Scheiß-Eck verkrümeln. Das nervt mich einfach. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss! Ich hab's gecheckt! Ich hab's gecheckt! Ich hab's gecheckt!